Wir haben uns am Wochenende alle schon kennengelernt hier im Rahmen des Grillens, bei den Tests, alles ein bisschen verstreut durch Corona, aber so richtig lernt man sich ja erst auf dem Platz kennen. Das haben wir heute gemacht, war eine knackige Einheit, hat Spaß gemacht, den Puls mal wieder hochzubringen. Da war direkt gut Stimmung drin, klare Anweisungen bekommen, schon mal so eine erste Kostprobe, was uns vielleicht erwartet diese Saison. Für Spieler eigentlich immer ganz gut, dann weiß man, woran man ist. Von daher bin ich dann Freund davon, wenn es direkt zackig zur Sache geht. Ich war ja schon mal hier, deswegen hoffe ich, dass mir die Eingewöhnungszeit ein bisschen leichter fällt als damals vielleicht noch. Ich meine, ich habe jetzt zwei Jahre Zweite Liga gespielt, habe auch schon ein paar Bundesligaspiele gemacht. Ich hoffe, dass hier einige dazukommen und nach dem Motto gehe ich hier rein. Ich glaube, jeder, der hier heute zugeguckt hat, hat gesehen, dass ich absolut im Saft stehe, topfit bin. Das ist eigentlich das, worauf ich mich konzentriert habe. Klar kann ich verstehen, dass der Verein sich da auch absichern will und dann nochmal ein MRT mehr macht. Aber letztendlich kann ich nur sagen, wie ich mich auf dem Platz fühle und das ist gut. Von daher bin ich froh, dass das jetzt auch alles über die Bühne gegangen ist. Ich bin natürlich ein Spieler, der auch gerne dann spielen möchte, ohne dass mir jetzt irgendwer versprochen hat, dass ich 34 Spiele von Beginn an machen werde. Das ist auch überhaupt nicht das, was ich erwarte. Ich will hier eine gute Rolle spielen und dazu wird mir die Möglichkeit auf jeden Fall hier eröffnet.